Am Donnerstag war es die Ruhe vor dem Sturm. Für Joel Matip und Co. So reagierte unser Abwehrchef auf den Schlusspfiff des letzten Heimderbys. Und so in der zehnten Minute Gesichter, die man von ihm sonst gar nicht kennt. Derby eben. Den ist der Ogo. Der ist gut und der passt! Ja, 10. Minute schon, 1-0. Das hätte sich Matip auch nicht träumen lassen, oder? Dass er mal so frei zum Topfball kommt. Klar, gegen Dortmund ein Tor zu erzielen, dann auch noch den Sieg zu holen, das ist was Geiles. Und darauf freut man sich und hoffe ich, dass ich das vielleicht auch mal wieder einnetzen kann. Seit 16 Jahren spielt Joel für den S04. 16 Jahre Derby. 16 Jahre Adrenalinschwemme. Ungefähr 19,04 Liter. Ja, gefühlt habe ich schon sehr oft gegen Dortmund gespielt. Aber nichtsdestotrotz, schon in der Jugend ist es etwas Besonderes. Und bei den Profis erst recht. Und es wird ein Highlight. Ja. 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 Ja.